So, willkommen zurück! Ja, es war wieder ein Anruf, ich musste erst mal was erledigen und... Leute, die Zeit drängt! Wie gesagt, die Zeit ist am drängen, Herr Crazy Twister! Herr Grey Twister... Ich kann nicht lesen! Kannte ich noch nie hin. Das für ein Schrott hier. Weg da, Millie! Ja, es ist ein Vergnügungspack auseinandergelegt, ey! Jetzt werdet hier ein alter Deutsch-Schuppen, ey! So... Ach, hier geht's rein. Ah... ITEMS! ITEMS! Leute, ich spiel noch ein wenig weiter! Aber ein wenig! Und ich heb mir die Energie für den richtigen Kiel auf! Naja, und zuerst, wenn wir das keiner mitmachen, weil das mit der Elektroenergie ist eigentlich schon... So was... Oh, der DDR flüsst uns schon wieder, ey! Oh, wir flüssig im Westen! Nur weil der DDR vonwitzt! Und verpiss dich zum Westen, Mensch! Und verpiss dich zum Westen, Mensch! Und verpiss dich zum Westen, Mensch! Über... 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 Überdreht doch den einzelnen Vorhang! Wenn du unbedingt in den Westen willst! Nö, ne frisst du! Das ist daten... Is... 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 Is datenhammer DDR... Hater... DDR-Gegner, ey! Ich fahr los, Nick! Langsame Schnecke! Jawoll! Stürbi! Fress! Fress! Strike Slayer! Bitte! Keine... Keine Vosage! Strike Slayer! Oh! Eine pennt! Bitte lieber! Ich komme, ey! So, mal weiter gucken! Kaputt! Kaputt! Kadutsch! Kaputt! Kaputt! Kadutsch! Tschüss! Ich brauche eigentlich so viel, aber ich habe ja im Video da bloß 8 Minuten, das zählt ja eigentlich noch. Ich fahr nämlich morgen sehr viel Material, deshalb... Ich wollte eigentlich noch die Feuerwelt zocken, aber ich glaube, das wird nichts. Nee, also ich brauche noch ein bisschen... Ich sage es mal so, wenn ich danach noch ein bisschen Zeit habe, alles zu arbeiten habe, vielleicht spiele ich noch ein paar... Ach, frisse, Alter! Ach! Frisse, Alter! Schiube! Au! Los tagt! Wir haben ja wirklich hier halt auseinander gesäbelt in den Familiationspark, ey. Armer Spongebob DDR-Wisort, ey. Ihr fröhes Kind. Warte mal. Bär aufs Maul, der Stimme, alter. Bär. Komm her. Da, 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 da. Hoho. Ja, na klar. Wie logisch denn das, ey, der hat sich selbst gekillt. Upsi. Scheißteile, weg damit. Ja, ich mach erstmal nur auf Ersetzungsart. Ich spiel erstmal so, weil das alte verworfene LP war. Weil, ich wollte ja nur das durch die neuen Sachen jetzt ersetzen, weil... Einige YouTuber mit meinem alten LP nicht zufrieden werden. Nee. Weil das ist nicht mehr, die Kommentare sind auch weg, also... Ist ja dazu einfach nur verworfene LP. Vielleicht findet ihr ein bisschen da Google Bilder, was von Sachen später geht er noch, aber... Da geht's nicht mehr viel zu schaun. Da geht's nicht mehr viel zu schaun. Da geht's nicht mehr viel zu schaun. Hey, Schubi. Hey, Schubi. Erdkanone-Einzelschreiber. Erdkanone-Einzelschreiber. Alles klar. Jetzt machen wir mal so scheißteile, die könnt ihr hier verlassen. Ich muss erstmal hier halt nicht mehr... Ich kann Englisch, ja! Ein Büschchen. Ein Büschchen Englisch. Dann muss die Teile auch aufhören. Freunde. Komma – Komma! 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 Ja, ich hab jetzt Untertitel noch mit, die sind jetzt voll verkauft, ey. Komma! Komma! Schuhe! Komma! 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 danach kommt der feuer wird damit feuer mit feuer macht bringt erwarten ist die spezielle attacke habe von den anderen typen die dritte therapie wollte aber nicht von herr 1 und schreiber sondern von jemand anders das machen was schädlich ist wo fände der fischling ankotzen tut den kürzenden 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 und tschüss so sagt die uhr naja wir nehmen auch hier auseinander und dann mache ich den nächsten partner weiter ist ja bloß eine ruine eine ruine so weit sagten sie clock ja leute bis zum nächsten fahrt bis da